Guten Morgen! Oh, ich film voll gegen die Sonne. Ja, irgendwie so geht's schon. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich stehe jetzt gerade bei uns an der Straßenbahnhaltestelle und warte auf die Straßenbahn, die kommt in zwei Minuten und fahre dann jetzt nach Dresden zur Niki. Und ich hab gedacht, ich nehme euch mal mit und wir gucken mal, was wir heute und morgen so anstellen in Dresden. Also bei uns sieht ja das Wetter echt gut aus, die Sonne scheint. Ich hoffe, dass es in Dresden auch so ist, dass wir heute ein bisschen was machen können, dass wir uns ein bisschen in Dresden was angucken können und ja, ich bin gespannt. Ich freue mich jetzt erstmal auf die Zugfahrt. Hm, naja, das wird schon. Ich gucke, dass ich euch ein bisschen was mitnehme und dann schauen wir mal, wie unser Wochenende in Dresden wird und bis später. Ach ja, eins noch, die Qualität wird jetzt nicht so gut werden von dem Video, weil ich alles mit dem Handy jetzt filmen werde, weil meine kleine Actioncam, die ich sonst immer nehme, hat mein Freund, der ist nämlich heute nach Österreich gefahren und der hat mich da mitgenommen. Deswegen bleibt mir nur das Handy, aber mein Gott, es gibt schon mal was. Bis dann! Kennt ihr diese Momente, wenn ihr viel zu früh seid? So geht es mir gerade. Ich hätte auch noch Strafenmann später fahren können. Aber ich war mir nicht sicher, wie lange ich bis in die Stadt brauche mit der Bahn, ich war es so selten. Jetzt haben wir es kurz vor 8.38 Uhr. Das ist mein Zug. Naja, egal. Ich habe ein Buch mit, das werde ich jetzt lesen. Und dann warten wir mal auf den Zug. Was machen wir? Wir fahren gerade mit der Parkaisenbahn und spielen Pokémon und sind gerade auf dem Carola See. Ja, jetzt bis 10 mit einem Knall. So, ich bin in Dresden mit der Niki. Und wo sind wir jetzt gerade? Im Zoo! Wo sind wir in Dresden? Wir haben die Schneeleoparden leider nicht gesehen. Aber wir werden bestimmt noch einige Tiere entdecken. Unter anderem gleich die Pinguine. Richtig. Und wie wir eben schon gesehen haben, waren wir ja gerade mit der... Wie heißt die Bahn? Parkaisenbahn. Parkaisenbahn fahren und haben Fuggeräusche gefangen. Eine halbe Stunde. Wir haben ein Trattini! Ja, wir haben ein Trattini gefangen. Und ich hatte einen Sterndool kurzzeitig. Dann ist die App abgeschmiert und dann hatte ich es nicht mehr. Aber wir werden gleich noch eins aufgreifen. Mal gucken. Wir gehen jetzt zu den Pinguinen. Genau. I take a deep breath everytime I pass your door. I know you're there but I can't see you anymore. And that's the reason you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart. And I feel so helpless here. Watch my eyes are filled with fear. Tell me, do you feel the same? Hold me in your arms again. I need your love. I need your time. When everything's wrong, we make it right. I feel so high. I come alive. I need to be free with you too. We are now in the Höhle. In the Höhle. I think the Pokestop says something about Höhle. I can see what the Pokestop says. The Pelican Statue is the Pelican Statue. Look at me. I want to take that Pokemon. I want to take that Pokemon. Niki is Pokemon Go-süchtig. So, this is the Rattenhöhle. So we have the whole thing with the Pokestop. Man can go down and then you can go down and then you can go down. Okay, that's pretty cool. Good. That we have done. So, Niki has just said that we go in the Streichelzoo. Wollen wir in the Streichelzoo? We go in the Streichelzoo. If you want to do the Streichelzoo, you can do the Streichelzoo. If you want to do the Streichelzoo, you can do the Streichelzoo. We are all right into the house. Also nothing else with Streichelzoo. We don't have to worry about nothing. 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 We don't have to Niki spielt immer noch Pokémon. Nein, gerade wieder. Wir haben es die ganze Zeit nicht gespielt. Das stimmt. Wir haben uns Tiere angeguckt. Und wir sind jetzt dann auch soweit fertig mit Tieren angucken. Wir sind jetzt hier gerade bei den Vögeln. Aber hier ist die Voliere hinter mir da. Und da haben sie uns jetzt hierzu angeguckt. Ich muss sagen, heute sind nicht sehr viele Tiere da. Aber ein Besuch lohnt sich trotzdem mal vorbeizugucken und gucken. Und wir gehen jetzt noch zu den Koalas. Die haben wir noch nicht gesehen. Und ja, dann gehen wir zu den anderen. Dann gehen wir zu Coverfit und wir machen da einfach Bücher abladen. Genau. Und dann gehen wir essen. Und dann nehmen wir bestimmt auch noch was zu essen. Dann gehen wir zum All-You-Can-Eat-Chinesen. Ja, das freu ich mich auch. Das ist ja keine rechte Chinese, das ist ein Mongole. Oder ein Mongole. Aber da gibt es halt All-You-Can-Eat-Buffet. Genau. Da ist der V auf dem Dach bei den Flamingos. Juhu. Haus sind cool vor allen Dingen, gerade wenn die sich so auffächern. Aber das machen die... Aufblähen. Aufblähen. Naja, so Puff. Das ist nicht cool. Hallo. 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 Wir haben vergessen zu filmen. Wir haben hier noch Besuch. Es ist dunkel. Ihr seht sie gar nicht. Das sind die drei dunklen Gestalten. Wir haben absolut nicht mehr gefilmt. Wir haben uns nett unterhalten und haben Pokémon geackt. Und ganz wecker gegessen. Und ich stehe an der Frauenkirche. Wo ist sie denn? Ja. Mach mal von unten nach oben. Da. Vielleicht so? So, warte. Da. Irgendwie. Da. So, guck. Im Dunkeln. Also, ich habe auch was von Dresden gesehen, als ich hier war. Ich bin dann in der Frauenkirche. Wir werden heute nicht mehr filmen, gehe ich von aus. Naja. Naja. Vielleicht noch so einen Film mitgucken, wenn wir dazu kommen. Mal gucken. Ja. Aber mein Akku ist auch gleich leer und ich muss Pokémon anfangen. Oh, grundsätzlich. Ich melde mich morgen wieder. Bis dann. Hallo ihr Lieben. Es ist heute schon Montag. Ich bin gestern von Dresden schon nach Hause gefahren. Habe aber gestern gar nichts mehr gefilmt, weil irgendwie haben wir das total vergessen. Oh, das geht hier mit meinem Haaren ab, ey. Furchtbar. Ja, das ist die ungeschminkte Woche. Ja, haben dann aber gestern irgendwie gar nichts mehr gefilmt. Wir haben uns den ganzen Tag noch gehalten. Und ja, es war total schön, auf jeden Fall bei Nigi in Dresden. Es war schade, dass ich wirklich nur das Wochenende da bleiben konnte. Aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sind ja Parkeisenbahn gefahren, das war total cool. Und dann waren wir noch im Zoo. Und dann waren wir ja abends mit Coverbed und Haier essen. Und das hat auch total viel Spaß gemacht. Und es war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Und dann haben wir ja noch so eine kleine Stadtrundführung gemacht. Und wir haben Pokémons gefangen nebenbei. Und das war auch mega schön, mega lustig. Und ja, es war ein total schönes Wochenende. Und ich habe bei Niggis Video schon ein paar Kommentare drunter gesehen, warum wir nicht Bescheid gesagt haben, dass ich zu Nigi komme. Und das machen wir beim nächsten Mal definitiv. Da kann ich ja sagen, okay, ich fahre jetzt am Wochenende zu Nigi. Lass uns alle irgendwo treffen, wenn das passt. Und ich glaube, dann können wir das gerne mal machen. Machen wir dort halt noch so eine Art Booktube-Treffen. Oder wie auch immer man das dann bezeichnen mag. Und ja, machen das dann so. Äh, ich bin jetzt wieder zu Hause. Und äh, spiele gerade, Frosatum, da mal Puff. Der kann schon nicht mehr. Wir spielen gerade mit dem Ball. Und äh, ja, es ist schönes Wetter. Und ich habe Urlaub. Und ich genieße heute noch den Tag. Und ich wollte euch nur Bescheid geben. Ich bin heile wieder angekommen. Es hat alles gut geklappt. Nur auf der Heimfahrt hat sich so ein Stinky hinter mich gesetzt. Boah, kennt ihr das, wenn so eine Person hinter euch sitzt? Die stinkt einfach nur nach Schweiß. Es war so widerlich. Aber egal, ich habe es überlebt. Äh, ja. Aber soviel dazu. Ähm, ich wünsche euch ansonsten eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.